Hallo meine Hübschen, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Ja, kam ja Mittwoch kein Video, weil ich ja wie gesagt nicht zu Hause war. Konnte ich nicht drehen und sonntags hatte ich dann Megakoffee, habe ich jetzt auch ein bisschen, aber ich dachte mir, ich drehe jetzt diesen Look, ja es wird wieder ein Look, Gesicht, Augenbrauen habe ich schon vorbereitet, der Rest mache ich jetzt mit euch, weil ich habe eine neue Eyeshadow Palette erstanden auf Ebay und zwar ist es die Modern Renaissance Palette von Anastasia Beverly Hills. Sieht so aus, die Pappverpackung, aber das Wichtigste ist natürlich das Innenleben. Ja gut, ich meine jetzt dieser Stoff hier, ja ist natürlich jetzt anfällig für Schmutz, aber ist trotzdem schön und der Inhalt zählt hier und das sind die schönen Farben. ich dachte ja immer, die wären so rotstichig, sind sie aber auch gar nicht, die sind doch sehr beerig und bronzemäßig. Ich finde die echt schön und die sind auch gut pigmentiert. ist da gerade mal die Töne hier geswatcht, also da den Braunton, also das ist schon eine Hammer, Pigmentierung würde ich sagen und auf den Augen habe ich die auch schon ausprobiert. hat mir sehr gut gefallen und ja, wie gesagt, auf Ebay habe ich die erstanden von einer Dame aus, ich glaube China oder Hongkong und die ist auf jeden Fall echt. Die muss echt sein. Also das bestellen kein Fake, hoffe ich. Da in der Beschreibung steht Original, also hoffe ich mal, dass es Original ist und die ist auch toll pigmentiert, deswegen denke ich auch, dass das die echte ist. Ich hoffe, aber ne, also ich konnte da jetzt nichts feststellen, dass das jetzt irgendwie nicht echt wäre oder so, weil bei Ebay muss man ja aufpassen. Aber nö, es sieht für mich jetzt nicht irgendwie gefaked aus. Nein, auch nicht von der äußeren Verpackung. Ne. Also sehr schön. Und ich dachte jetzt, wir schminken mal was zusammen mit der Palette. Ich habe mir schon alles hier hergerichtet. Zoom ich euch ein bisschen ran, dass ihr das seht. Und ich tue mal die Folie weg, dass ich da mich im Spiegel da sehen kann. Und dann nehme ich Tempera, das ist so ein heller Ton. Und damit highlighte ich erst mal unter dem braunen Bogen. Der zweite Teil von der Blasch-Sammlung wird dann auch noch kommen. Mal gucken, wann ich das mache. Dann nehme ich diesen Ton. Bogen Fresco. Das ziehe ich mir in die Lidfalde. Und ihr seht, gut pigmentiert. Sehr schön. Also wo die ankam, dachte ich, oh, ich habe das damals bei Douglas irgendwie voll verpasst. Irgendwie. Ich weiß nicht. Dann wollte ich sie mir doch. Ich war mir erst jetzt sicher damals. Dann dachte ich, warte ich noch. Dann gab es die ja bei Douglas. Da bin ich da auf die Seite gegangen. Und dann war sie gerade nicht lieferbar. Und dann habe ich diese E-Mail angegeben. Das Produkt, wenn lieferbar, kriegt man eine Meldung. Ja. Die Meldung habe ich zwar dann bekommen, aber dann hieß es, dass die nicht mehr reinkommt. Und ich so, äh, scheiße. Das war, ja. Jetzt gehe ich mal in die. Ja, und das war ein bisschen blöde. Das hat mich dann doch geärgert. Und, ähm, ja, dann war das zu spät. Dann konnte ich die natürlich nicht mehr haben. Ui, das ist aber gut pigmentiert. Ja, und dann war das zu spät. Und dann war sofort, dann kam die auch nicht mehr rein. Und ich bin dann nicht mehr an die Palette dran gekommen und habe mich dann eben auf Ebay umgeguckt. Weil, äh, auf Amazon war die mir viel zu teuer. Da habe ich die für 100 Euro gesehen. Oder so noch mehr sogar. Da habe ich mir gedacht, nee, Freunde, das soll nicht. So nicht. Jetzt gehe ich in, ja, in diesen Goldton. Der heißt Primavera. Und tupfe mir das. Das ist ausbewegliche Lied. Und deswegen war ich froh, als ich dieses Angebot auf Ebay gesehen habe, dass da eine die verkauft. Für nicht so teuer Geld. Also, ja, ein bisschen günstiger, wie diese eigentlich bei Douglas gekostet hätte. Weil bei Douglas waren es ja, glaube ich, über 50 Euro. Und, ähm, hier habe ich sie jetzt für 40 bekommen. Ich finde, das ist ein guter Preis. Und, ähm, ja. Dann gehe ich in diesen Braunton hier rein. Der heißt Cypress Umper. Klopfe das ab. Und dann gehe ich damit an den unteren, wie man sagt. so war die Geschichte mit der Palette. Dann gehe ich in Red Orca. Das ist so ein schön rötlicher Ton. Antupfe mir den ans äußere V. auch. Also, so außen hin. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig Farbe. Alter. Das macht das Ganze echt aus. Würde ich mal behaupten. Das färbt sogar einen Pinsel ab. Dann gehe ich noch mal in dieses Cypress Umper. Geht mir. Also, das war die Farbe. Ich will nicht so doll. So, ja, nicht irgendwie so boom. Ja. Genau. Mal noch ein bisschen blenden. Kann nicht schaden. So. Genau. So, das wäre jetzt erst mal dieses. Genau. Und dann möchte ich mir noch ein Lidstrich ziehen mit dem Dip Eyeliner von Manhattan. Das ist dieser Waterproof Eyeliner. Und dann kam am 26. September glaube ich. Ja. Hat doch irgendwie diese neue rausgebracht. diese Ultimate Naked Basic Palette da mit diesen Matten Farben. Also, es ist auch neutrale Töne, aber matt. Also, ohne Schimmer, ohne nichts. und, ähm, ja, ich dachte mir erst, nee, brauchst du nicht. Du hast mal die Farbe, du brauchst die Palette nicht. Und dann habe ich die irgendwo gesehen, ich weiß nicht, war es auf Instagram oder Facebook, keine Ahnung, war die dann in der Aufnahme zu sehen. jetzt nehme ich so einen braunen Kajal von Manhattan und dann, äh, dachte ich mir so, oh, die ist nicht schlecht, ne? Ja, dann habe ich bei Frau Schoppen nach einem Rabattcode gesucht, habe mir den Rabattcode rausgesucht, weil, äh, ich dachte mir, so 10% Rabatt, dann ist es günstiger, ja, bin dann da drauf, so, zum Konturieren, nehme ich die von Makeup Revolution, die Lights on Contour Pro Palette, das ist ja dieses Tube, äh, zur NYX Konturpalette und dann nehme ich, ähm, diesen bräunlichen Ton zum Konturieren. Ja, wie gesagt, ich habe den Rabattcode gehabt, habe den schön, äh, in die Zeile kopiert, das Produkt in den Warenkorb gelegt, ja, ihr kennt ja das Prozedere, wie man das so macht, bla bla, ja, habe ich gemacht, alles, und so weiter und so fort, hat alles geklappt, Bestellung war aufgegeben, und, ähm, hat alles soweit funktioniert, ja, dachte ich zumindest, dass es funktioniert hat, jetzt nehme ich als Blush den, äh, Glow Touch Compact Blush in der Farbe 050 Touch Touch of Ember, ja, 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 und dann, kriege ich eine E-Mail, das war Montagmittag, jetzt nehme ich die Overnight Lighting Mascara von Misha, die finde ich spitzenklasse, ausführliche Review würde noch folgen, nachdem ich die eine Weile getestet habe, ja, und dann, äh, kriege ich eine Mail, dass die meinen Auftrag stornieren mussten, weil sie doch nicht lieferbar ist, und da dachte ich mir, warum kann ich sie dann in den Warenkorb legen, ja, und, äh, dann war ich leicht angepisst, habe jeden Tag auf Douglas geguckt, war natürlich nicht vorhanden, auf ermdicator.de war sie da, da war sie, glaube ich, 50, nee, 50 Euro, ich weiß gar nicht, hatte ich da 50 Euro, ja, es war auch teuer, da gab es keinen Rabattcode, nichts, und da dachte ich, ja, super, wo, wo gibt es noch Urban Decay, ja, ja, gut, Amazon, konntest du vergessen, Ebay auch, da war es viel zu teuer, ähm, und dann bin ich auf flionique.de gegangen und habe da geguckt, weil die haben Urban Decay, das weiß ich, weil da habe ich schon mal was bestellt, und, ja, sie hatten sie, für 49,28 Euro, da dachte ich, na, gibt es da Rabattcode, vielleicht, nee, gab es nicht, nur ab einer Bestellung von, glaube ich, 60 Euro, das wollte ich dann auch nicht, und dann dachte ich, naja, gut, aber wollte ich sie bestellen, da dachte ich, nee, ähm, schlafe noch eine Nacht drüber, und wenn du es dann immer noch willst, dann kannst du es ja machen, ja, und dann, äh, habe ich die Nacht drüber gepennt, habe mir das überlegt, und dann, ähm, ja, dann habe ich sie mir noch bestellt, bei flionique.com, weil, wie gesagt, bei den ganzen anderen, äh, war sie nicht vorrätig, zum Highlighten nehme ich diesen Ton, und, ähm, ja, und jetzt freue ich mich drauf, dass die dann demnächst kommt, das heißt demnächst, also so fünf bis zehn Tage dauert es doch, aber ich werde auf jeden Fall dann einen Look damit kreieren, ja, ein bisschen Highlight, jetzt habe ich jetzt nicht so viel gemacht, für die Lippen nehme ich diesen Liquid Lipstick von Athens in 02 Beauty Secret ich weiß gar nicht, gibt es die überhaupt noch, ich glaube nicht, mhm, mhm, sehr natürliche Lippenfarbe, gefällt mir doch ganz gut, und jetzt zoome ich euch ein bisschen näher, dass ihr das Augen-Make-up sehen könnt, ich finde die Farben echt super, super schön, ja, und so sieht es dann von weitem aus, ja, gefällt mir auch sehr gut, doch, gerade dieser, dieser Rotton da, also, ne, oder der Beeren-Ton, kann man auch gut nehmen, ne, oder dieser hier, also, das macht die Palette schon außergewöhnlich, und, ähm, ja, finde ich sehr, sehr schön, damit kann man viele Looks kreieren, und, ähm, ja, allein schon die Vorpackung, genau, ist ein Träumchen, sehr, sehr schön, ja, Daumen nach oben auf jeden Fall, sehr gut, so, meine Lieben, das war's schon wieder von mir, das nächste Video wird dann Blasch-Sammlung Teil 2 sein, das werde ich dann noch abdrehen, und dann, ja, freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder, mit am Start seid, und dann, würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder, macht's gut, Tschüssi!